so was gibt es denn jetzt hier noch gucke mal hier ist gleich ein rennen von a nach b habe ich hier auch noch nicht gemacht eine rennen das werden wir gleich mal tun ja ja also ich war mal gucken ich bin jetzt in dem gebiet wo ich eigentlich schon alles habe also die fotos ist immer noch was anderes gehört zu sammelsachen also ich denke mal das sind fotos keine ahnung was sein soll aber ist jetzt auch erstmal egal wir machen jetzt erst mal das rennen hier so schielen und ich kann ihn bestimmt schön weg ballern die typen meine feine oder es ist von a nach b könnte auch sein dass es nur um zeit geht das werde ich ja gleich sehen an ich habe gegner ok und los geht es gleich mal hier und möchte ich ab eigentlich immer ein bisschen mehr ausbremsen so ich bin erst da wie es sich gehört ein richtiger ab ziehen war mit dem ich habe guten vorsprung die kutsche abgehen alter kriege auch zum umkämpfen wenn ich bestimmt zieht euch das mal rein in der probe abgeht nicht so krass aber eben war heftig ich weiß dass du mein gegner jetzt bloß nicht aufheben hier los wo also noch ein paar checkpoints aber ich bin eigentlich nicht weit vorne ja ich habe einen guten vorsprung fünf checkpoints noch alter und ich hab das erste fände geschafft hier das pferd raffnet auch voll aus da ist das ziel 150 meter noch ein solches locker schaffen jetzt nicht irgendwo hinweide das ding und er kommt aber ganz schön dicht noch an habe ich aber trotzdem gewonnen souveränen souverän souveränen einen glückwunsch zu ihrem sieg sehr gut so allerdings schon voll hier mit quest sagt man nebenaufgaben wie auch immer machen wir überfall und dadurch kriege ich natürlich auch fähigkeitspunkte die ich ja so dringend braucht ok das ist schon mal ganz gut jetzt brauche ich noch ein fähigkeitspunkt dann habe ich auch das nächste upgrade dann habe ich den schon fast auf auf kampf total hoch gelevelt das ist natürlich ganz gut dann kann ich mich den anderen sachen widmen jetzt muss ich erst mal gucken hier mach den boots überfall und dann ist das gut dann wollte ich mir alle schmugglerwagen holen und so dann muss ich natürlich jetzt die typen hier alle ausschalten und das ist aber kein problem oh 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 tak da sieht man lieber die waffe die sind ihnen da ähm so heimlich ist jetzt hier und ich habe nur drei minuten 10 zeit oder was ein verdammt also sie hat irgendwelche ladung das heißt ich muss die oh nein 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 man plündern so auch die markieren sagt also drei sachen musik markieren ich habe noch zweieinhalb minuten ja der ist auch tot aber hier und das macht ja eigentlich dann habe ich da ins vergessen ins vergessen naja dann aber eigentlich sollte ich das jetzt schaffen sagt müssen gucken dass da vielleicht kein gegner ist das war super ja problemlos über eine minute zeit gehabt so cool so das gute ist natürlich dass ich auch nicht nur xp bekomme ich bekomme auch irgendwelche waffen und alles das ist dann im verlauf natürlich extrem gut also ich bin für die story endlich mehr als durchwappen die restlichen story missionen ich habe gesagt bald bald die zweiter will das doch noch ein bisschen hier rum eiern dann will ich schon noch mal hier so ein schmuggler boot aber bald gibt es mehr story aber bald gibt es mehr story halt der maul halt der maul ich habe leider nicht aber hier habe ich ja kein kalt mit also nicht egal ach das ja ich muss die sowieso erstmal ausschalten hier alles mit diesem rumkragen ist nervig jetzt hier das ist die alte Ohr noch Vorsprung Kiel habe ich freigeschaltet da gibt es dann auch gut Erfahrungspunkte so so dann merke ich erstmal den Vogel da oh hier ist eine Kiste ja wo komme ich wohl her was macht er denn da noch ein bisschen abspacken noch ist ja kein Problem so da oben ist zum glück dynamit weil ich weiß nicht schmeiße eigentlich hat er mir gesagt ich soll Viereck drücken das klappt aber nicht wenn ich das drücke schmeißt du die nicht so ich bin jetzt hier entdeckt worden hier nochmal 11er Kombo ähm was willst du denn ähm jetzt brauche ich noch hier das nein tragen 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 so und dann haben wir das auch schon erledigt zack wunderbar sehr schön guck mal hier ist ein hier ist ein Kampfclub und da habe ich jetzt nochmal richtig Lust drauf der ist nicht hier auch gleich dann brauche ich nicht lange in dort hinzukommen ein bisschen hier über alte Boote rüber runter sollte es eigentlich so da ist er der fight club und da schlagen die sich ja auch war und schlagen sie überall so hoch hier machen die denn da ist ja eher catchen was die da machen sagt das das wo ich schon war vorhin ist gut ist ja ewig ja da war ich auch auf jeden fall schon mal habe ich den kampf anguckt ja du bist hier ist auch noch ich machbar ich mach es doch noch machbar ich denke ich ja die kriegen jetzt richtig in die fresse sagt 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 wie der anfang ist ja immer leicht so schnell dauern ja wartet schon oder was ging auch schnell